Hallo liebe Kinder, wir sind hier jetzt in Köln und ich habe heute zwei Gäste bei mir und dahinten auch noch ganz viele Leute. Heute sind wir bei Digital Education D 2021. Ihr habt den großen Vorteil, ihr dürft jetzt hier ganz exklusiv hinter die Kameras gucken. Alle, die jetzt gerade normalerweise bei uns zuschauen, sehen leider immer nur uns im Bild. Aber ihr jetzt bei euch, liebe Kinder, ihr dürft dieses ganze Studio hier sehen und was hier alles aufgebaut ist. Und wir machen mal so einen kurzen Blick hinter die Kulissen. Da ist ein wahnsinnig großes Filmstudio aufgebaut. Ich gehe mal so rund. Das coole beim 360 Grad Video. Du kannst dich entscheiden, was von der Technik dich am meisten interessiert, was du dir hier ganz genau anschauen möchtest. Ich gehe mal kurz nach vorne zu den Interviewtischen. Hier wird es dann gleich ernst in ein paar Minuten. Hier darf ich dann ein paar Fragen bei einem Interview beantworten. Ich bin gespannt. Hier ist die Technikabteilung. Und dann ganz wichtig für mich, ich gehe mal in diese Richtung. Da ist dann die Maske, dass ich auf etwas gleich schaue dann, wenn ich da auf die Kulisse stehe. Also, wir sehen uns. Bis bald. Auf Wiedersehen. Liebe Grüße an euch nach Linz. Schöne Grüße nach Österreich. Bleibt dran. Schaltet wieder ein.